Der Liebe und Hass ja auch ganz nah beieinander. Also solange man Leute hat, die einen richtig hassen, hat man auch Leute, die einen richtig lieben. Nein, ich bin nicht schwul. Ja, halt wirklich, ich wollte fragen, ob du denn auch auf Jungs stehst. Wie doch doch kühle. Ja, also nee, also ganz wahrscheinlich nicht. Also ich hatte ganz viel Kumpels immer, wie schwul waren und so weiter, aber ich persönlich überhaupt nicht. Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Motto-Kohen Hotel sind. Ja, ich bin so gut. Am Ende des Tages bringt man das immer irgendwie weiter.